Die kann sie glaube ich auch angreifen, ja. Ungeeeet! Nice. Das sind die da hinten jetzt auch weg. Und da ist noch eine komische Festung. Das machen wir jetzt mal so durchgängig. Das ist so eine Larve, zwei können wir runter. Zwei können wir runter, den machen wir auch noch weg. Jetzt hat gleich ein Grasblock hin. Da ist auf jeden Fall eine Silber oder so. Hier ist auch noch was. Da ist es glaube ich irgendwo Insekten auf jeden Fall. So ein scheiß Auge. Ich um eine Fackel hier hin. Zwei. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Ein paar Leiterchen. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Klopfig kaputt. Den Schiet. das auf jeden fall neben mir so muss ich jetzt noch musste immer noch werkzeug herstellen ok 19 brauchen weniger 1 2 3 4 4 stück das heißt 5 muss ich noch machen ok 1 2 3 4 5 5 stück davon weiß jetzt habe ich noch was geht eine schmied haben wir schon ein schmied und vielleicht noch ein steigmittel für die kletterer 12 noch mal drei stück davon ein eisenherz und die leder 1 2 2 komfort ja zwei neue sachen ein bücher egal ok können wir den ganzen scheiße auch noch raussammeln die brauchen bessere waffen kriege ich dann bessere waffen da auf jeden fall dann kann ich auf jeden fall stahlkeulen herstellen das ist wirklich wichtig das muss noch weg magier ja müssen wir vielleicht einen magier machen das ist ja momentan nicht was sie jetzt craften wollen hier wo haben wir denn wir haben da irgendwo kletterer gehabt kletterer ach macht er gar nicht ich habe ihn kaputt bei der stein solle wackel da sind wir noch am kloppen mal aber ihn müsste ich wackel den ganzen scheiß vor allem neue aufgabe da ist es eigentlich technisch gibt es oben und unten das heißt glas beleuchtung öl und waffen hanschuh des bogenschützen da craften auf jeden fall welche und ein horn zauber was macht der horn zauber denn dieser zauber ruft zwergern in bestimmten ort zusammen damit sie beispielsweise angreifen oder verteidigen das ist ja zum beispiel gut wenn der angriff ist von dem monster portal das waren an den eingängen die den horn zauber macht kosten bei drei maler kosten wir haben aber immer einen guten gefüllten satz wir brauchen glas das heißt wir müssen glas machen kohle und sand habe ich gesehen 40 glas sollte reichen eine zweite schmiede vielleicht jäger das ist sauber hier ist jetzt noch so lala die schmiede eine kopfstelle haben wir die können sich natürlich verbreiten wie unende die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 mit ihm denn da los der kacke ja schloss da drauf salatte in den bogenschütze ich wollte jetzt noch eine kochstation haben als den zwei sie sieht nicht gut aus aber ich möchte hier eine zweite schmiede haben die kochstelle auf jeden fall dann da ja silber jetzt ok bis dahin sehe ich wo ich sehe baue ich auch für eine steinbrücke wo ich sehe grabe ich auch das sieht hier oben aus wir liegen grad schon den berg weg zu machen aber ich warte noch ab da kommt bestimmt noch was ausrüsten der hat noch kletterschule nein aber ist egal der hat beides dem fehlt nacht axt spitzarte und axt spitzacke 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 und axt fehlt jetzt auch nochmal beides ok ist es okay ist es okay ist es okay da bleibt aber klar was gab es achso eine steinbrücke ja ich frage wie ich die brauche Stahlkeulern, das ist wichtiger. Stahlkeulen, Bogen und ein Zauberstab. Okay, da haben wir das Glas für... Ach, gut. Ein Magierstab, auf jeden Fall. Bogen. Mach ich mal zwei Stück. Ne, ich mach nur einen. Dann hab ich zwei Bogenschützen. Stahlkeulen, da brauch ich Eisen für. Ich hab einen Bogenschützen, einen Zauberer und noch einen Bogenschützen. Das heißt, ich müsste sechs Stück herstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Feuerpfeile werden auch nicht schlecht. Das sind Fackeln. Unser 100 Feuerpfeile. Ton, eine Flasche und so, bräuch ich vielleicht noch nicht. Eier, hab ich zu wenig. Ein bisschen Salat noch, Fleisch. Ein bisschen Fleisch. Wie sieht die Kohle denn aus? Können wir noch. Aber jetzt wissen sie natürlich doppelt, aber das ist natürlich klar. Wir legen zwischen denen auch eine Treppe zu machen auf den Orten hier. Dann kommt man so schnell runter. Wenn man hier arbeitet, dann kommt die schnell da runter. Und können den ganzen Weg hier unten lang laufen. Ich weiß jetzt nur nicht, wer hier unten ist gerade. Ah, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020